So, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Das Erstaunliche an dieser Studie ist, dass egal wie man sich die entsprechenden Daten anschaut, es gibt keine Evidenz dafür, dass Kindersitze in Bezug auf das Sterberisiko besser sind als reguläre Dreipunktgurte. Und bevor wir da in die Methodologie einsteigen, ein bisschen zum Hintergrund. Mitte der 60er Jahre wurde das Thema von Kindersitzen in die öffentliche Diskussion eingeführt in den USA, von den Automobilherstellern. 1971 wurde von der Autobahnsicherheitsbehörde oder kurz NHTSA die erste NHTSA, genau, National Highway Traffic Security Administration. Von der NHTSA wurde die erste entsprechende gesetzliche Auflage erlassen, die zwar vorsah, dass Kindersitze im Auto zwar angeschnallt werden müssen, aber noch keine spezifischen Auflagen bezüglich Crash-Test. Oh, da habe ich mich jetzt versprochen. Bei der 71er Auflage geht es um Kindersitzen. Also, die erste Auflage, Kindersitz ist Pflicht für kleine Kinder, aber keine Crash-Test-Auflage, also kein Qualitätskriterium und 81 wurde dann noch ein zusätzliches Gesetz erlassen, sodass Kindersitze nur noch dann zugelassen sind, wenn sie gut genug bei einem Crash-Test mit 50 kmh ungefähr abschneiden. Und bis 85 hatten dann alle Bundesländer der USA eine Kindersitzpflicht eingeführt, 99 wurden die Auflagen dann nochmal verschärft, sodass jeder Kindersitz extra Halterungsgurte haben muss und der Kopf des Kindes beim Crash-Test sich nicht zu sehr bewegen darf. Und zum Zeitpunkt des Artikels von Nervit, also 2003, hatten 44 Bundesländer in den USA die Regel, dass Kinder bis zu ihrem vierten Geburtstag in einem speziellen Kindersitz sitzen müssen. Im Vergleich dazu in Deutschland besteht auch Kindersitzpflicht und zwar muss jedes Kind unter 12 oder unter 1,50 Meter Körpergröße in einem geeigneten Kindersitz mitfahren. Dabei werden die Kindersitze in Klassen 0 bis 3 eingeteilt blablabla und zugelassen sind Kindersitze, die das europäische Prüfsiegel ECE 44 haben. Es werden regelmäßig Vergleichstests veröffentlicht, zum Beispiel von ADAC, AutoBild, Euro NCAP, die aber reine Informationsfunktionen haben. Und aus Erfahrung kann ich Ihnen berichten, dass Eltern sich sehr nach solchen Tests richten und zufälligerweise sind diese Testergebnisse auch immer sehr stark korreliert mit den Preisen, die verlangt werden für die Sitze. Genau. Was haben wir denn hier für Daten? Die Angaben für die Rate der tödlichen Unfälle kommen aus der gleichen Quelle wie schon zuvor, wo es um Verkehrstote ging, nämlich aus der Fatality Analysis Reporting System FARS. Ja, das ist eine Datenbank aller erfassten tödlichen Autounfälle in den USA, die anscheinend frei zugänglich ist. Genau. Und da in dieser Datenbank sind alle Autounfälle drin, die erstens erfasst sind und die zweitens, bei denen zweitens mindestens eine Person ums Leben gekommen ist. Genau. Und in den Daten sind dann alle möglichen Details zu jedem betreffenden Unfall, zum Beispiel ob und welche Art von Gurt von jedem Fahrzeug im Lasten verwendet wurde und zu dem Typ des Autos und so weiter. Jedenfalls wird bei einem Gurt unterschieden bei Kindern zwischen Beckengurten, also reine Zweipunktgurte Dreipunktgurte, das sind die, die im Auto auch installiert sind oder speziellen Kindersitzen. Das heißt, wir haben drei verschiedene Kategorien, Beckengurt, Dreipunktgurt und Kindersitz. Und ja, weil es hier um Gurte geht, schauen wir uns natürlich nur in Fälle an, bei denen Fahrzeuginsassen umkommen. Also, Kinder kommen natürlich auch um, wenn sie überfahren werden, aber das hat nichts mit dem Gurt zu tun. Und in dem Artikel werden Daten von 75 bis 2003 angeschaut, also bis zum Zeitpunkt des Artikels und die Analyse beschränkt sich außerdem auf Kinder von 2 bis 6. Warum? Bei Kindern unter 2 beobachtet man fast nie, dass sie normal mit dem Dreipunktgurt angeschnallt werden. Sie sind entweder in einem Ecke-Kindersitz, in einem speziellen Kindersitz oder gar nicht angeschnallt. Und bei Kindern über 6 beobachtet man in den Daten fast nie Kindersätze. Und ja, gegeben dieser Einschränkung bleiben wir immer noch bei einer Stichprobengröße von 37.000 Beobachtungen, also eine beachtliche Stichprobe. Und jetzt schauen wir uns mal die Daten erstmal rein deskriptiv an, also reine Mittelwerte. Und in dieser Tabelle sehen wir die Todesrate bei Kindern zwischen 2 und 6, aufgeteilt nach Sicherheitsmaßnahme und in Klammern jeweils die absolute Zahl. In der ersten Zeile haben wir hierbei das gesamte Sample der Unfälle. Ohne Gurt betrug betrug demnach die Todesrate 29,3% mit Kindersitz 18%, mit Dreipunktgurt 19,4% und mit Becken, reinem Beckengurt 16% und dann darunter haben wir unterschiedliche Teilmengen der Stichprobe. Unfälle, bei denen das Kind vorne saß, bei denen das Kind hinten saß, Unfälle vor 94, zwischen 4,19 und 98, Unfälle nach 98 und schließlich noch Unfälle bei 2- bis 3-jährigen Kindern und bei 4- bis 6-jährigen Kindern. Wenn man so eine große Stichprobe hat, dann kann man die auch gut unterteilen in unterschiedliche Teilstichproben, um sicher zu gehen, dass Verzerrungen ausgeschlossen sind. So, lassen Sie die Tabelle erstmal so, wie sie da steht, auf sich wirken. Was können wir denn als potenzielle Trends in den rohen Daten festhalten? Eine Sache, finde ich, die sofort ins Auge springt, ist, vorne sitzen ist für Kinder viel gefährlicher als hinten sitzen. Sie sehen also hier, wenn Sie hier vergleichen, die Todeswahrscheinlichkeiten, die Todesraten, das ist was anderes, Todeswahrscheinlichkeit, wäre ja die Wahrscheinlichkeit, im Auto zu sterben und relativ, also die Anzahl der tödlichen Autounfälle relativ zu der Anzahl aller Autofahrten und diese Zahl haben wir natürlich nicht. Was sehen wir noch? Im Zeitverlauf können wir festhalten, dass die Todesrate für unangeschnallte Kleinkinder über die Zeit angestiegen ist, also in diese Richtung haben wir einen Zeittrend nach oben, wird die Todesrate immer größer, für Kinder mit Gurten und Kindersätzen, aber über die Zeit ist die Todesrate gesunken. Also hier sehen wir einen sinkenden Trend und hier auch und hier gar keinen. Was sehen wir noch? Ja, ein überraschendes Ergebnis auf den ersten Blick ist, dass die Todesrate mit Beckengurt immer niedriger ist als mit Kindersitz und fast immer niedriger als mit Dreipunktgurt. Wie können wir uns das erklären? klar, das hier sind rein bivariate Durchschnitte, das sind rein deskriptive Daten. Bei Schätzungen kontrollieren wir für alle möglichen Faktoren und hier kann man das eben nicht machen, hier sehen wir nur einen rein Mittelwert. Ein zweiter, mindestens ebenso wichtiger Grund ist, dass wir diesen Daten ja nur tödliche Unfälle haben und aus diesen Unfällen wiederum Fälle rauspicken, in denen ein Kind kommt. Warum könnte das ein Problem sein? Das könnte insofern ein Problem sein, als dass die Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des Kindes eher dann genau dokumentiert werden, wenn das Kind im Unfall umgekommen war, nicht aber, wenn ein anderer Insaster getötet wurde. Anders ausgedruckt, es gibt potenziell einen systematischen Zusammenhang zwischen der Sicherheitsmaßnahme beim mitfahrenden Kind und der Aufnahme eines Unfalls in die FAS-Datenbank. Dadurch könnten stark verzerrte Stichpummen entstehen, man nennt das auch Sample Selection. Beispiele für Sample Selection gibt es zum Beispiel aus der Arbeitsmarkt Ökonomik. Wenn man dort den Lohn als abhängige Variabel erfasst, dann schließt der Datensatz automatisch die Leute aus, die arbeitslos sind, weil sie ja keinen Lohn angeben können oder zu Hause bleiben, wodurch die Daten verzerrt sind. Am liebsten hätten wir also einen Datensatz, in dem alle Unfälle erfasst sind, nicht nur die tödlichen und in dem auch immer die relevanten Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der Kinder im Auto erfasst werden. Ersteres ginge, zweites haben wir nicht in den Daten. Die Schätzgleichung der statistischen Modell sieht ungefähr so aus. Die Beobachtungseinheit ist der Unfall, klar, und zwar der Unfall, bei dem ein Kind im Auto war und unsere abhängige Variable ist ein Dummy, der den Mehrwert 1 annimmt, wenn beim Unfall eh ein Kind ums Leben gekommen ist. Und dann haben wir die erklärenden Variablen, die uns so richtig interessieren, nämlich jeweils ein Dummy, ob das Kind beim Unfall gar nicht angeschnallt war, mit Beckengurt angeschnallt war, mit Dreipunktgurt angeschnallt war. Dann haben wir hier eine ganze Reihe an Kontrollvariablen und natürlich den Fehler mit Term. Wie könnte man jetzt das Problem des Hamper Selection der verzerrten Stichprobe angehen? Wir erinnern uns ja, dass das Problem war, dass es einen systematischen Zusammenhang geben könnte zwischen der Wahl für eine Sicherheitsmaßnahme beim mitfahrenden Kind und der Tatsache, ob der Unfall überhaupt in der FAST-Datenbank ist. Und Leavitt wählt hierzu einen sehr interessanten Ansatz. Er schaut sich nur Unfälle an, bei denen zwei Autos involviert waren und bei denen im anderen Auto eine Person ums Leben gekommen ist. Warum mindert diese Stichprobe Auswahl das Problem der Selektion? Das Argument ist, dass Ceteris Paribus die Entscheidung für eine bestimmte Sicherheitsmaßnahme im ersten Auto unabhängig davon sein sollte von der Todeswahrscheinlichkeit im zweiten Auto. Und wenn man die Stichprobe auf diese Weise beschränkt, sollte es keinen Zusammenhang mehr geben zwischen der Entscheidung für eine Sicherheitsmaßnahme und dem Vorkommen im Datensatz. Ziemlich clever finde ich. Aber könnten man sich vielleicht vorstellen, was das für Probleme mit sich bringen könnte. Ein Problem könnte sein, dass man hierdurch eine andere Selektion einführt, nämlich solche Unfälle eventuell im Durchschnitt weniger schlimm sind. Außerdem reduziert sich natürlich die Stichprobengröße auf ca. 12.500, also knapp auf ein Drittel, was für sich genommen auch nochmal ein Selektionsproblem aufwerfen kann, dadurch, dass man relativ viele Informationen wegschmeißt. hier haben wir die Schätzergebnisse ohne Korrektur für Selektion, also quasi die große Stichprobe. Das sehen wir hier, die Stichprobe mit 37.000. So, die berichteten Zahlen hier sind die Effekte der jeweiligen Variable auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind beim Autorunfall tödlich verunglückt. Und in den Klammern sind die Standardfehler. Aber ja, das sind keine OLS-Schätzungen, das heißt, wir können hier nicht mit der Daumenregel arbeiten, ne? Dass der Koeffizient doppelt so groß sein muss wie der Standardfehler. Die obersten 3 Variablen sind die Dummies für die Sicherheitsmaßnahme. Kindersitz, 3-Punkt-Gurt, Beckengurt und die ausgelassene Kategorie, mit der verglichen wird, ist natürlich kein Gurt. Das heißt, dieser Dami und dieser Dami und dieser Dami werden relativ zu der Kategorie kein Gurt interpretiert. Der Effekt ist dann immer relativ zu der Todesrate ohne Gurt. In der ersten Spalte wird ein Modell geschätzt nur mit der Konstanten und den Dami für die Sicherheitsmaßnahmen, also ohne jegliche anderen Kontrollvariablen. In der zweiten Spalte werden dann noch eine ganze Reihe an Kontrollvariablen mit aufgenommen. Wo das Kind im Auto saß. Vorne, hinten längs, hinten mitte, hinten rechts, hinten irgendwo anders. Und die ausgelassene Kategorie hier ist das hier hinten mitte. Das erkennen wir daran, dass hier null steht, weil das nicht geschätzt wurde. Was haben wir noch für Kontrollvariablen? Ob das Kind ein Junge war, ob der Fahrer angeschnallt war, ob es sich bei dem Unfall um einen Pkw handelte, relativ relativ zu einem SUV oder einem Van. Dann haben wir noch Informationen dazu, ob es ein 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 Unfall ein Unfall mit ein Unfall mit nur einem Auto war oder ein Unfall mit zwei Autos, dann das Gewicht des Autos, das im Unfall beteiligt war und noch mehr Kontrollvariablen, die aber hier nur genannt werden und ohne geschätzten Effekt, zum Beispiel das Jahr des Unfalls, das Baujahr des Autos, Alter der Fahrzeuginsassen, Art des Unfalls, ob es ein Aufprall oder ein Überschlag oder was anderes war und noch mehr Kontrollvariablen. Und in Spalte 3 kommt dann dazu noch die Anzahl der vom Unfall betroffenen Personen. Ähm, hier. Und ja, diese Variable ist dann so eine Art indirekter Indikator für die Schwere des Unfalls. Die Sternchen, die Legende habe ich nicht mitgebracht, ähm, die Sternchen stehen für, zwei Sternchen stehen für hochsignifikant von nullverschieden, also zwei Sternchen bedeutet 1% Signifikanzniveau. So. Okay, aber genug zur Beschreibung und jetzt, ähm, was, was sehen wir denn hier? Also, wir wissen, die drei Variablen hier sind Dummies und wir können da den Effekt vergleichen auf die Todesrate. Ähm, und was wir schon mal sehen können, was die Größe der Effekte angeht, also signifikantsten müssen wir gar nicht sagen, diese Effekte sind alle signifikant. Das heißt, ähm, jegliche Sicherheitsmaßnahme, ähm, ist, jede Sicherheitsmaßnahme für sich genommen ist besser, als das Kind, äh, ganz unangeschnellt im Auto zu haben. Aber was wir sehen, dass die Effekte sich kaum unterscheiden, ne, also der Effekt für Kindersitz ist, äh, 0,112, der Effekt für ein Dreipunktgurt ist 0,1 und der Effekt für Beckengurt ist 0,126, ne, also, so, und, ähm, auch hier kaum Unterschiede in den Effekten und auch in dieser Schätzung wenig Unterschiede in den Effekten, obwohl hier, äh, der Effekt, äh, für nur Beckengurt doch, äh, geringer ist. Insgesamt können wir aber als vorläufiges Ergebnis festhalten, dass der Effekt von Kindersitzen relativ zum Nichtanschnallen sich nicht stark unterscheidet vom Effekt von Dreipunktgurten relativ zum Nichtanschnallen. So, und im Prinzip, wenn jetzt die Schätzung nochmal wiederholt, aber für das korrigierte Sample, ne, sie erinnern sich, äh, es sind jetzt nur, ähm, hm, es sind jetzt nur Autounfälle, bei denen zwei Autos involviert sind. Ne, es sind zwei Autounfälle, bei denen im anderen Auto eine Person gestorben ist. Okay, ähm, das sehen wir schon mal daran, dass die, äh, Stichprobe, dass die Größe der Stichprobe gesunken ist. Wir haben jetzt nur noch, äh, 12.000 Beobachtungen. Was fällt auf? Alle Effekte von Sicherheitsmaßnahmen haben jetzt einen kleineren Effekt auf die Todeswahrscheinlichkeit. Ne, wir sehen hier, vorher war es 0,1 irgendwas und jetzt ist es 0,05 oder 0,06. Und, ähm, ja, ein Erklärungsansatz wäre zu sagen, äh, dass die Unfälle in diesem reduzierten Sample im Durchschnitt weniger schlimm sind vielleicht. Ähm, aber am wichtigsten auch hier als Gesamtergebnis festzuhalten, dass sich die Effekte von, äh, Kindersitz und Dreipunktgurt fast gar nicht unterscheiden, ne? Bloß, ähm, bloß der Beckengurt schneidet wieder schlechter ab. Wir sehen es hier und hier. Äh, hier, das, ähm, ja, das kann man nicht, ja, das sollte man nicht interpretieren, weil die ganzen Kontrollvariabler nicht drin sind, ne? Und wir sehen, wenn wir erstmal die ganzen Kontrollvariabler drin haben, dann ist der Effekt von reinem Beckengurt, ähm, schlechter. Okay. Ähm, ja, also das Hautergebnis bleibt auch in diesem reduzierten Sample bestehen, nämlich, dass, ähm, ja, die Sicherheitswirkung, ähm, von speziellem Kindersitz nicht viel besser ist, als die Sicherheitswirkung von einem, äh, simplen Dreipunktgurt. Ähm. Ähm, jetzt ein bisschen diskutieren, zur Diskussion der Ergebnisse. Das Hauptergebnis, wie ich hier jetzt schon dreimal gesagt habe, ist, dass es in Bezug auf die Todeswahrscheinlichkeit von Kindern im Auto und falls statistisch gesehen keinen Unterschied macht, ob das Kind in einem speziellen Kindersitz angeschnallt ist oder mit dem im Auto eingebauten Dreipunktgurt. Was mit den vorliegenden Daten natürlich nicht bewertet werden kann, ist, welche Vorteile Kindersätze bei nicht-tödlichen Unfällen gegenüber Dreipunktgurten bieten. Deshalb, ähm, also bei nicht-tödlichen Unfällen, äh, bieten, ähm, deshalb untersucht Leavitt in einem weiteren Artikel die Effekte unterschiedlicher Kindersicherungen auf Verletzungen bei Unfällen, die der Polizei gemeldet werden. Ähm, natürlich, sie ändern sich, das große Problem bei diesen Daten ist, dass, ähm, viele Unfälle der Polizei nicht gemeldet werden. Und, ähm, es könnte theoretisch sein, dass sich die Unfälle, die nicht der Polizei gemeldet werden, dass die sich systematisch unterscheiden von denen, die berichtet werden. Und wenn das so ist, dann haben wir eben ein statistisches Problem. Mhm. Was man auch noch erwähnen muss, ist, wie stark sich diese Ergebnisse von Leavitt von den bestehenden Ergebnissen in der Forschung unterscheiden, wobei die bestehende Forschung auch komplett anders vorgegangen ist. Es wurden Subjekte aus Versicherungsfällen ausgewählt und dann telefonisch interviewt, um die Details zum Unfall herauszufinden. Hierbei ergab sich, dass Kindersätze bis zu 60% effektiver sind, Verletzungen bei Kindern zu vermeiden als Dreipunktgurte. Ein weiteres Problem, das sich mit den von Leavitt benutzten Daten zu tödlichen Unfällen nicht angehen lässt, ist, wie weit die Ergebnisse davon beeinflusst werden, dass Kindersitze, auch wenn sie vorhanden sind, eventuell nicht korrekt installiert werden. Wenn zum Beispiel ein großer Anteil der Autofahrer zwar Kindersitze benutzt, aber falsch installiert, dann ist es natürlich kein Wunder, dass Kindersitze nicht besser vor dem Todesrisiko schützen als reguläre Dreipunktgurte. Und tatsächlich schätzt in den USA die Autobahnsicherheitsbehörde, dass ca. 80% der Kindersitze nicht korrekt installiert werden. Was Stephen Leavitt auch noch gemacht hat, ist, und was in dem verlinkten TED-Vortrag auch gezeigt, detailliert gezeigt wird, ist, einen eigenen Crash-Test durchzuführen. Und hierbei hat er erstmal das große Problem, dass keine der üblichen Crash-Test-Firmen bereit war, überhaupt mitzumachen, selbst gegen Bezahlung. Das Problem liegt natürlich darin, und damit kommen wir schon fast zur Politik empfehlen oder zur politischen Relevanz, das Problem lag natürlich darin, dass diese Firmen ihr Geld hauptsächlich durch die von Kindersitze-Herstellern finanzierten Tests machen und es sich natürlich nicht mit denen verscherzen wollen, indem sie an negativen Ergebnissen beteiligt sind. Schließlich fand Leavitt doch eine Firma, die mitmachte, natürlich gegen einen signifikanten Preisaufschlag und garantierte Anonymität. Und letztlich, auch bei diesem Crash-Test-Werten ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen 3-Punkt-Gurt und Kindersitz, obwohl man ja hier sicher sein kann, dass der Kindersitz perfekt installiert ist. Hierbei benutzt er ein Dummy für ein 3-Jähriges Kind und ein Dummy für ein 6-Jähriges Kind. Ich habe mal gegoogelt, um herauszufinden, ob bei den prominenten deutschen Crash-Tests, zum Beispiel ADAC, auch die Vergleichsgruppe ohne Kindersitze, ob es diese Vergleichsgruppe gibt, um die Qualität von Kindersitzen zu beurteilen, aber nichts genaueres gefunden. Und intuitiv macht es ja auch wenig Sinn, in einem Land, in dem sowieso schon Kindersitzpflicht besteht, solche Tests durchzuführen. Denn es ist ja implizit klar, dass ohne Gurt das hohes Risiko höher sein muss. Was kann man denn für Polit-Politik-Empfehlungen aus diesen Ergebnissen ziehen? Ein Aspekt, der berücksichtigt werden muss, ist, dass Kindersitzpflicht indirekte Vorteile bieten kann, weil Kindersitze es zum Beispiel der Polizei erleichtern, zu sehen, ob ein Kind ordnungsgemäß angeschnallt ist oder nicht. Gleichzeitig könnte es sein, dass, wenn Eltern glauben, dass Kindersitze sicherer sind als Dreipunktgurte, sie auch konsequenter die Kinder in diesen Sitzen anschnallen, unabhängig davon, ob der Glauben korrekt ist oder nicht. Andererseits gibt es durch die Kindersitzpflicht wenig Anreize für Autohersteller, Dreipunktgurte zu entwickeln, die zum Beispiel auf Kinder anpassbar sind. Was es aber ganz sicher schon gibt, sind eingebaute Sitzerhöhungen. Das hat, glaube ich, Volvo schon seit Jahrzehnten eine quasi eingebauten Sitzerhöhung. Und wenn tatsächlich die Unfähigkeit der Fahrer, einen Kindersitz korrekt zu installieren, eine Rolle spielen sollte, dann ist natürlich die klare Empfehlung, dass Kindersitze leicht installierbar sein müssen. Und im Vortrag betont Stephen Leavitt dann, dass die Hauptnutznießer von der gesetzlichen Kindersitzpflicht wohl aus monetärer Sicht die Herstellerfirmen sind. Und auch hier kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass man leicht dazu verleitet wird, einen der teureren Sitze zu kaufen, weil er eben im Test besser abschneidet. Aber statistisch gesehen scheint es keinen besseren Effekt auf die Todeswahrscheinlichkeit zu geben. Wobei wir ja aus diesen Daten nichts über die Verletzungswahrscheinlichkeit schließen können. Und stellen Sie sich vor, wir hätten gute Daten zur Verletzungswahrscheinlichkeit, dann wäre das ja immer noch eine viel schwerere Analyse, denn es gibt sehr viele verschiedene Verletzungen und dann wäre das Problem, wie man die kategorisiert und wie dann die Arrhenvariable genau auszusehen hat. Okay, das war alles, was ich zum Thema Schadensrecht zu sagen hatte. Wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Rundumschlag gemacht, was die empirische Evidenz angeht und was Freitag angeht, wahrscheinlich werden wir wieder eine normale Übungssitzung machen. Ich tendiere im Moment eher dazu, dass wir eine normale Übungssitzung machen und ich denke, das ist für Sie auch für die Klausur praktischer, als wenn wir da wieder in den PC-Pool gehen und da Experimente machen. Denn die Experimente, die ich jetzt noch übrig hatte, die für Sie am ehesten relevant sind, die haben immer noch relativ wenig mit der Vorlesung zu tun und mehr mit Gerichtsverhandlungen. Okay.